Welche haben Sie denn noch einstudiert? Alle. Ehrgeizig. Entschuldigung, ich habe hier reserviert. Warte kurz, ja? Wie fühlst du dich denn auf? Entschuldige dich. Komm mal. Sie vergeuden hier gerade unser aller Zeit. David, gehen Sie mal bitte in den Flügel. Da ist der deutsche Wundergabe. Wollte der Kotze mal vor seinen Wettbewerben. Müsste ich hauen, oder was? Das klingt mir alles zugleich. Ist langweilig. Ich kann meinen völlig unkonzentrierten Eindruck hinterlassen. Wenn Sie so anfangen, dann kann das nichts werden, David. Es geht hier nicht nur um Sie. Marie! Jeder verpiss dich doch! Sind Sie nicht im Tempo? Und anziehen, hopp! Nein. 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 LA MEAL 5 Du bist es jeder, das zu sein. Blut! Vielen Dank.